In diesem Video geht es um Spirulina, das Superfood aus dem Meer, natürliche Kraft für ein gesünderes Leben. Sehnst du dich nach mehr Energie, Vitalität und einem rundum gestärkten Immunsystem? Dann solltest du Spirulina kennenlernen. Diese faszinierende Mikroalge aus dem Meer gilt als eines der nährstoffreichsten Lebensmittel der Welt und kann unsere Gesundheit auf vielfältige Weise verbessern. In diesem Blogartikel erfährst du alles, was du über Spirulina wissen musst und wie du dieses Superfood in deinen Alltag integrieren kannst. Spirulina – ein Nährstoffwunder aus der Natur Spirulina ist eine blaugrüne Mikroalge, die seit Jahrhunderten in verschiedenen Kulturen als Nahrungsmittel und Heilmittel verwendet wird. Sie gedeiht in Süß- und Salzwasserseen und zeichnet sich durch ihre außergewöhnlich hohen Nährstoffdichte aus. Weitere Informationen zum Thema, Spirulina, das Superfood aus dem Meer, natürliche Kraft für ein gesünderes Leben, findest du als Link unter dem Video. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Spirulina – ein N Chaos Spirulina